Hallöchen, meine sehr verehrten Zuschauer, liebe Freunde, ich bin's wieder, euer ProGamer. Es ist Sonntag und ich lade euch herzlich ein zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen Lead for Speed Payback. So, wir sind hier gerade in einer Art, naja, Wüste, offenes Gelände. Und wir müssen noch ein paar Rennen gewinnen, ein paar Offroad-Rennen. Aber wir hätten das spielen können. Okay. Was für ein Sprung! Hui! So, wir fahren erstmal zu Sonnenstich. Ja, meine Freunde, ich hoffe, euch geht es gut. Holt euch noch was zum Snacken aus dem Kühlschrank. Oder macht euch irgendwas im Herd. Vielleicht eine Pizza. Dann holt euch noch was zu trinken. Geht kurz aufs Klo. Und dann macht es euch bequem. So, wir werden erstmal hier die ganzen Offroad-Rennen gewinnen. Damit wir dann weiterkommen. Wir fahren jetzt erstmal zu Sonnenstich. So. Da. Haben wir es schon. Okay. Wir gucken mal. Dann können wir einmal Start machen. Was ist das denn hier? Bleibt mindestens einmal lang Erster und gewinne das Rennen. Okay. Annehmen. Jo. Boah. Lieg 73 herhören. Udo hier. Ab sofort macht ihr Ernst. Tretet ihm in den Arsch. Ja, na los Leute. Hört auf. So. Müssen wir das Rennen gewinnen? Die Tro? Boah, Alter. Ich komme da nicht dran vorbei. Was soll das denn? Wie vieler sind wir denn jetzt hier? Fünfter? Dann ist da ja noch einer ganz vorne. Ja. Den muss ich mir aber noch schnappen. Boah, das ist gar nicht so einfach. Was soll das denn? Dankeschön. Ah, ich bin Erster. Okay. Oh, Alter. Was soll denn das schon wieder? Oh. Ich kann fliegen. So. Jetzt sind wir Erster. Okay. Oh, er hat er mich wieder überholt. Fast geschafft. Wo ist denn jetzt das Ziel? Okay. Hier? Ja. Hier ist ein Checkpoint. Noch 500 Meter. Okay. Hier ist das Ziel. Okay. Okay. Event abgeschlossen. Okay, dirty boy. An dir ist wohl doch mehr dran. Erster Platz. Jo. 14.000 Dollar. So, wir haben jetzt 225.000. So. R Stufe 3. Was ist das? Achso, wir kriegen nochmal eine Speedkarte. Nehmen wir gleich die, ne? Bremsen. Okay. Haben wir das nicht schon? Einbauen? Jo. Können wir ja. Sonnenstich Missionserfolg. Okay. Neue Mission freigeschaltet. Gut. Haben wir das eingebaut? Achso. Das baut sich. So, jetzt müsst ihr mal sehen, wo das nächste Rennen ist. So, wo ich bin. Als wäre es nicht schon nervig genug, dass das Haus will, dass wir Rennen manipulieren. Das glaube ich. Die machen allen das Leben schwer. Holen wir uns das mal. Ja, wir müssen gleich beim Start müssen wir erster sein. Ist immer schwierig, äh, im Nachhinein die Leute zu überholen. So, wo ist das? Hier. Okay. Oh. So. Dann machen wir das mal hier. Wagen wechseln? Ne, wollen wir nicht, oder? Ne. Oder? Ne. Wir? Oder müssen wir das? Weiß ich nicht. Warte mal. Guck mal, der hat jetzt Höchstgeschwindigkeit 248, 250 PS. Ja, wir haben doch den einen, ne? Ach so. Müssen wir mit dem fahren hier, oder was? Kann sein, ja. Wenn man mit 100 Sachen über den Highway brettert, geht es bei jeder Entscheidung um Leben und Tod. Ich bin La Catrina. Und das hier ist der Graveyard Shift. Graveyard Shift. Ja, dann gucken wir uns das mal an, meine Freunde. Was das für ein Rennen ist. Ja. Müssen wir mal sehen. Ich weiß nicht, also ich musste das Auto nehmen. Bist du der Gringo, der unseren Midnight Run fahren will? Fahren und gewinnen. Ich bin Tyler Morgan. Morgan, hä? Nie von dir gehört. Versuch einfach mitzuhalten. Ich werde deutlich mehr tun. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Nebenwette. Ja, von mir aus. Können wir ja mal machen. Annehmen, ja? Oder? Ich drück hier schon tausendmal. Ja. Was soll denn das? Dann, tanzen wir mit dem Tod. Gucken wir mal. Aber ich glaube, wir fahren jetzt auf eine Straße, ne? Okay, auf zum Siegen. Nitro. Mal sehen, ob wir die gleich überholen können, weil das ist immer wichtig. Ja. So. Jetzt sind wir Erste. Nitro. Oh, da sind Autos. Steht da auch, wie viel Vorsprung ich habe? Ich weiß das nicht. Aber ich muss mich erstmal konzentrieren. Auf das Rennen. Oh. 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 Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Versucht's mal mit Golfwagen, ihr Trottel! Ja, wir müssen aufpassen, da sind Autos auf der Straße. Ja, aber schon das Ziel, okay. Gut, Event haben wir abgeschlossen. Erster Platz, ja, okay, 14.000 wieder. Wieso haben wir, wir haben immer nur für 225, wo gibt's denn sowas? Beschleunigung, okay. Einbauen. Bauen wir ein. So, okay. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt noch irgendwelche Rennen haben. Was ist denn von... So, wir gucken mal, ob wir da noch irgendwo Rennen haben. Ja, wir müssen mal gucken, also... Ich hab glaub ich nur die beiden Rennen... Ach nee, da auf der Mini-Karte, müssen wir umdrehen. Ja. Da sind welche, ja. Oh. Oh, ich mag nicht gerne im Dunkeln fahren. Wie heißt die? Noch, noch, was? Noche dem Huertos. Ach so. Ach so. Ach so. Ich dachte, da kommt man durch. Tankstellen? Ich denke, Tankstellen um Schnellreisepunkte. Ach so, okay. Ja, wo ist ne Tankstelle? Weiß ich nicht. Na sowas, das alte Motel 9 ist jetzt ne Tankstelle. Ja, wo denn? Hä? Scheiß drauf. Wir holen uns das... Wir fahren da erstmal hin. Und dann machen wir das Rennen. Was machst du denn? 161? Ich bin auch auf 113. Lass uns hier mal durchfahren. Wir müssen ja das Rennen auch da fahren. So, das heißt, Loche dem Huertos. Wie weit ist denn das noch? Ach so, noch 1 Kilometer. 1,0. Ja, okay. Das müsste gleich... leichter sein. Felsen. Felsen. Dann kommen wir da auch nicht... Ah, okay. Okay. So. RB, RB. Ist beides RB. Ach so, Wagen wechseln heißt halten. Und Start nur einmal kurz drauf drücken. Oder? Ach so, ich muss das erstmal machen, ja? Okay. Gut. Annehmen, geht das? Okay. Ach so, ich muss... Länger drauf drücken. Okay. Letztes Mal war es ein Kinderspiel. Na dann. Ha 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 ha. So, schauen wir uns das mal an. Power. Die Droh. Oh, da fahren aber viele mit, ne? Genau, so machen wir das. Oh, scheiße. Das war nicht der Plan. Ne. Ich glaube da... Der fährt ziemlich knapp hinter mir. Aber ich bin noch Erster. Da ist noch ein Auto. Okay. Man, wenn wir das... Meine lieben Freunde, wenn wir das Rennen gewinnen, ist alles in Ordnung. Wenn wir das verlieren, dann müssen wir nochmal unser Auto aufziehen. Oh, scheiße. Ja. Oh. Die Führung nimmt mir so leicht keiner mehr. Wo geht das längst? Hier, ne? Ja. Okay. Da ist das Ziel. Okay. Cool. So, das haben wir auch geschafft. Nächster Siegler, Katrina. Die Nebenwette haben wir auch gewonnen. Oder? Ja. Müssten wir eigentlich mehr haben als 225.000 jetzt, oder? Äh. Ja, ja, wir haben, äh, 91. Hä? Haltet mich für bescheuert, aber irgendwie blicke ich da nicht ganz durch. Auf jeden Fall bauen wir das ein. Guck mal, wir können das eintauschen. Garage schicken, verkaufen. Wir werden das mal einbauen. Okay. Ja. Gut. Also alle Teile bauen wir immer ein. Das ist, glaube ich, das Beste. So, dann gucken wir mal. Wir haben hier ja... Oh, gleich, glaube ich, gleich in der Nähe ist noch ein Rennen. Ja. Hier. Da. Ne. Quatsch. Ah, nee, das ist Werkstatt hier. Ja, das ist Werkstatt. Wir haben hier nochmal Wüstensand. Das hast du gemacht, mein Freund. Schon in den Shop aufs Nehe, das wollen wir nicht. So, weg. Nimm uns das Rennen nochmal hier vor. Mal sehen, wie weit das weg ist. Oh, geil, äh. Geile Straße, ne? Nitro. Wir müssen erst mal die ganzen Offroad-Rennen hier gewinnen. Ich wollte dich fragen, warum warst du sechs Monate verschwunden? Das weißt du doch. Da ist er. Der Gambler hatte... Komm schon, Tyler. Ah, scheiße. Was war der wahre Grund? Ich, ich wollte die Dinge klären, bevor wir uns wiedersehen. Dann habe ich kapiert, dass ich es alleine nicht schaffe. Okay. Danke für die Wahrheit, Tai. Aber wenn du das noch... Okay. So. Annehmen. Angenommen. Okay. Morgan denkt, er sei wieder im Spiel, Leute. Wie wär's, wenn wir seine neue Zuversicht zu Grabe tragen? Ihr könnt's gerne versuchen. Hallo? Nitro? Mom! Du, ich bin gerade mitten in einem Rennen. Ich ruf zurück. Ich hab dich auch nicht, Mom. Ja, ich hab dich auch nicht. Ich weiß nicht, wie viele Rennen wir noch haben, aber... Wir gucken uns das nachher nochmal an. Okay, das ist jetzt längst hier, ne? Okay. Oh. Aber muss man sagen, ne, geile Grafik, ne? Driften? Ja, ich find den Wagen geil. Das ist der Honda S2000. Äh, ja, ich glaub ja. Das ist der Honda S2000. Oh, Alter. Den hab ich überhaupt nicht gesehen, den LKWs. Da sind auch noch zwei. Ich weiß gar nicht, was ich da machen muss für die Lebenwette. Hab ich gar nicht gelesen. Oh. Hier rein, ne? Ja. Okay. Das war's. Da ist das Ziel. So. Das haben wir auch. Haben wir die Nebenwette gewonnen? Ne. Okay, ich wusste auch gar nicht ganz... Ach, sollte ich driften oder was? Ach so. Ja, okay. Ja, ich hatte das nicht gelesen. Ich... So, okay. Speedkarte. Wir können da mal eine andere nehmen. Ich meine gleich die erste. Äh, Nitro. Okay. Einbauen. Ja, machen wir mal. Ne? Ja. So. So. Mal gucken, wo sind wir jetzt? Ähm, da sind noch Rennen, ja. Du hast... Wieder gewonnen. Wann fahre ich gegen dich? Schlag meine Crew im nächsten Rennen. Dann reden wir. Wir müssen mal sehen, wie wir da hinkommen. Ähm. Was ist das hier? Ja. Warte mal, ist das ein Rennen? Ah, nee, da komme ich gar nicht hin. Oh, ich habe jetzt eben auf die Karte geguckt. Ähm. Warte mal. Dann müssen wir hier mal rumfahren. Ja. Ist das hier? Ne. Hier ist nichts, ne? Hä? Hä? Warte mal. Da ist was. Warte mal. Da ist was. Das Rote, ne? Ja. Dominanz. Linksbums. Ne, wir müssen... Oh, da komme ich nicht. Warte mal. Ich glaube, ich fahre da mal runter. Wo war das? Oder? Ist das Schwachsinn? Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal. Wie kommt man denn da hin? Verdammte Scheiße. Oder? Ich fahre hier mal runter. Ja. Ah, Mist. Ne, da. Scheiße. Warte mal. Ne, hier. Hier fahre ich. Alter, da kommen wir gar nicht hin. Scheiße. Nee, das ist ja alles Mist, Alter. Ich komme da nicht hin. Nee. Ja. Nee, kann man nichts machen. Wir versuchen es mal, dass wir, dass wir da irgendwie hinkommen. Oh. Halt. Oh, Scheiße. Ne. Ab dafür. Ne, ich gucke immer auf die Karte, deshalb kann ich mich hier auf das Fahrn nicht konzentrieren. Alter, was sind denn das für Straßen? Wie soll ich denn da hinkommen? Bei den ganzen Straßen hier, bei diesen Wegstraßen, Alter. Ist ja Wahnsinn. Ja. Alter. Ist ja Wahnsinn. Guck dir das mal an. Da komme ich ja nie zu den Rennen. Nee. Naja, wir fahren einfach mal. Da ist eins. Kann man hier, wir können da auch, äh, ja, warte mal. Ich hebe ab. Ja. Das muss doch mal durchfahren. Jetzt sind wir auf der Gegenspur. Das war nichts. Nee, da können wir nicht durch. Okay. Alter, guck dir mal diese ganzen Berge an und, und Straßen und Alter. Da komme ich ja nie hin. Da komme ich ja nie hin. Da komme ich ja nie hin. Nee, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Irrsinn. Ja. Scheiße. Weiß ich auch nicht. Ich fahre jetzt mal auf die richtige Seite, aber, das ist ja unmöglich. Ja. Wie soll ich denn da hinkommen? Hier kommst du, komm mal hier rein. Dann lass uns hier mal reinfahren. Aber, ja. Da ist das. Dominanz in Raxton. Ich weiß nicht, wer hier richtig. Ich weiß nicht, vielleicht. Nee. Mal gucken. Ja. Oder können wir doch nicht mal zitten, oder? Nicht wirklich. Oder? Warte mal, hier? Ja, doch. Dann fahren wir hier rum. Da ist es ja. Mann, hätte ich niemals gedacht, dass ich da hinkomme. Nee. Alter. So. Okay. Fahren wir. So, neben Wetter, was ist das eine Minute lang erster? Das ist ja kein Thema. Okay. Genug rumgealbert, Morgan. Jetzt verlierst du. Glaubst du? Ihr habt nicht den Hauch einer Chance. Das hat ein mädiger Bogen. Boah, Alter, was mach ich denn? Verdammte Scheiße. Oh, nee. Muss das sein? Die hole ich ja nie wieder ein. Nee. Oder ach, da sind sie. Wie gefällt dir das? Glaub ich bin siebter. Guck dir das an. Da müssen noch welche vor mir sein. Fünfter. Okay. Oh, Alter. Ich brauch nur noch den überholen. Okay. Borkes. Wir sehen uns. Na sowas. Ich bin erster. Ja. Ich bin erster. Ja. Ja. Oh, was. Bleib konzentriert, es ist bald geschafft. Ist dein Auto hinter mir? Ich höre da irgendwas. Ach man, was ist denn da? Das war nicht der Plan! Toll! Oh, jetzt kannst du das vergessen. Oh nein, vergiss es! Vergiss es! Vergiss es! Wir fahren das Rennen nochmal und dann ist los. Wo ist das jetzt? Ja, ja, Mission leckt mich am Arsch! Neustarten, ja! Mann! Scheiße hier, echt! So, das Rennen fahren wir dann nochmal und dann ist auch Schluss für heute. Mann, da ist ein Heft! Ja! Ja, diese Scheiß... Hä? Ja, Mann, leckt mich am Arsch ein bisschen! Was ist das hier? Echt! Sehr schön! Echt! Ja, toll, Rainer! Toll! Toll! Wie weit er sich raus trinkt! Ja! Echt! Zu langsam! So, jetzt sind wir erst! Mann, jetzt war das zu Ende hier! Scheiße, Mann! Bremsen! Kurve! Bremsen! Tank mich doch! Ich darf muss keine anderen Autos anfahren, weil... Sonst geht das richtig für den Arsch hier. Da ist eins, seht ihr? Wenn ich das anfahren würde, dann wäre alles im Arsch. Da ist noch eins. Driften ist auch nicht gerade so einfach. So, hier ist noch eine Kurve. Hier ist eine Kurve, hier ist ein Auto. So, okay. Man sollte kein Nitro nehmen, kurz vor der Kurve. An mir kommt keiner von euch mehr vorbei. Jawohl. 5,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. Ok da ist das. Gut. sehr schön was war mit der nebenwette hat mir die gewonnen ja okay dann haben wir jetzt 133.000 ja gut wir können nächstes mal mal gucken was wir mit dem geld machen wir nehmen hier mal die speed karte die hier was haben wir bremsen getriebe okay einbauen einmal ja okay oder sind wir schon durch mit nicht ganz okay so ja meine lieben freunde so das rennen holen wir uns denn das nächste mal wir können ja noch mal kurz obwohl die zeit nicht gut aussieht für mich hier wir sind schon bei 35 minuten oder sollen wir lieber da reinfahren warte mal das ist mal hier reinfahren das geht gar nicht ist das eine tankstelle okay das lassen wir okay sehr schön meine lieben freunde ich hoffe ihr hattet spaß das war need for speed payback für heute sonntag den sechsten märz ich wünsche euch alles gute hatten schönen sonntag noch eine schöne woche bleibt gesund bleibt cool und dann sehen wir uns nächsten sonntag bis bald und tüdelü und 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 Vielen Dank.